Ich muss irgendwie unten, ne. Ich kann mir keinen mehr leisten, den ich weg sprengen kann. Das wird nix. Das wird einfach nix. Er kommt nicht rechtzeitig hin. Er kommt nicht rechtzeitig hin. Und tot. Er kommt nicht rechtzeitig hin und das ist die Verarsche. Das ist eben diese scheiß Verarsche. Aber es muss irgendwie funktionieren. Und tschüss. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass die da unten erst die Brücke bauen? Das ist gemein, ist das. Weil wenn der schwingt, schwingt er sich in den Tod, weil sonst wäre es ja auch zu einfach. Halt, nicht zu früh explodieren. So, der macht bumm. Brücke. Schwingen geht nicht, weil er zu weit weg ist. Wenn man den anderen mal irgendwie entfreezen könnte, ist das, dass die von der Brücke wieder weggehen. Aber, hm. Ich verstehe es nicht. Es sei denn, halt. Diesmal klappt's. Es hat geklappt. Ich weiß nicht wieso, aber es hat geklappt. Ey. Holy fudge nuggets. Natürlich. Es hat geklappt. Ich weiß nicht, warum es jetzt geklappt hat, aber... Wegen dem Explodieren wahrscheinlich. Nee. Irgendwie so. Äh. Glückwunsch. Du hast alle Clank-Herausforderungen dieses Levels gewonnen und bekommst dafür... Mu-Tator. Ah, ja. Und natürlich einen Style-Point hätte ich auch gerne, oder? Krieg ich nicht? Na, wie schön. Danke für nix. Wie immer. Waffen. Hehehe. Mu-Tator. Na, was macht er denn schönes? Der Mu-Tator. Ich konnte für getroffene Ziele dabei werden bis zu... Mh. Ha. War ja so logisch. Es war so klar, dass das passiert. Ähm. Okay. Muss ich hier noch was anderes machen? Ich glaube nicht. Aber hey. Neue Ausrüstung, sag ich nur. Bombenhandschuhe. Hm. Allerdings bringen zwei... Zwei allein haben nicht viel Effekt. 74. Da bekomm ich mehr, wenn ich hier die ganze Ausrüstung trage. Da hab ich nämlich noch einen kleinen Schack-Impuls. Aber hey. Es fehlen nur noch zwei Teile und schon haben wir alle Rüstungsteile. Okay. Gut dann. Moment. Ist das Secret Hunter? Aber... Nee. Gibt's auch nix. Denk ich mal. Nee. Hier gibt's wirklich nix. Also zurück teleportieren und dann... Mal suchen, wo es weitergeht. Es scheint nämlich überall Richtung Abgrund zu gehen. Das ist ja nicht so... Äh. Moment. Wieso C? Moment. Ich muss mal ganz kurz was regeln. Gleich geht's weiter. Ja. So. Verschwendung, die rauszuhauen. Das wäre wirklich Verschwendung. Was haben wir hier schönes? Die könnte ich allerdings mal... Hm. Die könnte ich wirklich mal reintun. Schnell auswollen. Was hab ich da für raus? Naja. Wo ich... Ich weiß nicht, ob ich den Polarisator noch brauch. Demnächst. Ich hau mal meine Schockraketen rein. Den kann man auch schön Damage machen. Saugkanone. Warum hab ich mir die ausversehen... Warum hab ich mir ausversehen die Saugkanone gekauft? Naja. Was soll's. Das hätten wir... Ja. Schönes Teil. Shockrockets. Und hier auch noch meine Schreckensagenten. Beziehungsweise Schicksalsagenten. Wie man sie auch nennt. Sind das Gegners? Ich glaub das sind... Das durften Gegners sein. Moment. Das sind... Hm. Ich dachte schon. Das sind... Go. Schnappt ihr euch. Ich halt mich mal ganz lieb zurück. Und warte bis die... Jawoll. V3. Ich halt mich mal zurück. Und level die Schicksalsagenten ein bisschen. So. Noch ne. Komm. So. Die schießen hier. Und Nanotech. Level up. Ah ne. Das sind meine. Ja. Die haben schon Phaserfeuer. Und Tod. Hm. Gibt ganz schön viel Erfahrung hier. Umso besser. Da kann ich sie auch gleich auf level max bringen. Ah. Jetzt weiß ich auch wo diese komischen Robos herkommen. Ach. Hier machen sie nix. Hier tun sie einem nichts. Aber in der Arena. Da kloppen sie einen halb zu Tod ab. Was ist denn das für ne Verarscher? Ernsthaft. Und tschüss. Ah. War ja klar. Au. War ja klar, dass auch wieder schießen die Gegner gibt. Was? Kamera. Kamera. Ah. Was zum... Go Schicksalsagenten. Go. Go get em. Go go Gadget Bots. Ey. Sag mal. Ist mein Double Jump... Was zum... Mein Double Jump hängt. Jump Button. Klemmt. Tödlich. Ganz tödlich. Richtig tödlich tödlich. Aber er ist tot. Er ist tot. Oh. Fuck it. Nein. Ich brauch jetzt nicht wieder... Sprisomat. Nein, oder? Nein. Nein. Oh. Nein. Ich brauch jetzt nicht... Hm. 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 Mir reicht. Das hol ich mir jetzt einfach so manuell. Ich hab keinen Bock, das immer wieder in meine Auswahl reinzuhauen. Okay. Wo war denn hier ein Feld? Das war bestimmt oben irgendwo. Irgendwo. Irgendwo, irgendwo. Äh, ja. Toll. Ähm. So weit oben bestimmt nicht. Ich bin gerade lost. Leute, ich bin lost. Könnt ihr's glauben? Ich bin lost. Und hier könnte ich mal was Schönes versuchen. Oh nöö. Macht nix. Bams. Das ist eh schon auf Level, Max. Ich fühl mich verarscht. Andererseits. Vielleicht kann's aber auch zerballert werden. Das wäre natürlich fein. Äh, 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 äh. Oder auch nicht. Schade. Okay, wo war ich? Äh, ja. Ich hab dieses blöde Beet gesucht. Aha. Äh. Titan Bolt. Was zum... Hä? Wie bin ich da gerade reingekommen? Egal. Go, mein Agenten, go. Ich bin fast tot. Und die Kamera ist... Äh, ist ziemlich beschissen hier. Was zur Hölle? Holy fudderama. Die können meine Gegner in Schafe verwandeln. Falls sie das sind. Geil. Was denn... Wie lol ist das denn? Aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt wollte ich mal meinen Sprich so mal. draus und mal gucken, ob die sich da reingraben können. Weil wenn ja, dann lache ich mich so toter. Und will sehen, was da passiert. Also. Follow me, Fox. Oder Pflanze. Oder whatever. Äh, nein. Hätte ja klappen können. Hätte. Das tut's ja sowieso nicht. Aha. Hier geht's rein. Ah. Ein Sprungbrett. Auch nicht schlecht. Nein. Es hängt. Es hängt. Schlecht. Gib mir. Gib mir. Gib mir alles. Gib mir alles, was du hast. Okay. Let me see. Moment, da war doch ein Titanbolt. Wie komm ich an den... Wo war der Titanbolt? Da oben. Halt nicht so. Der war da oben. Irgendwie. Frage ist nur, wie komm ich da ran? Hehe. Nur, dass er jetzt weg ist? Hm. Naja. Darf mich... Das darf mich, glaube ich, nicht kümmern. Nein. Nicht Schnellauswahl. Geräte. Sprysomat. Hm. Her damit. Und follow me, Pflanze. Für dich haben wir auch noch eine... Schnellauswahl. Bis mal.